Geht schon? Super! Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Hin Hackl, ich bin Bio-Bauer und ich habe zwei Phänomene entdeckt, die zusammenhängen, nämlich die Zeitumstellung und in den April schicken. Weil da muss man mehr aufpassen. Mein Nachbar der Gustl hat den Norbert in den April geschickt und der ist es im September wieder zurückgekommen. Der hat das gleich mit einer Weltreise verbunden, aber das hat keiner gewusst. Und ich, mir ist es auch nicht besser gegangen, mich hat meine Schwiegermutter in den April geschickt. Stellen Sie sich das vor, normalerweise schickt sie mich in den Supermarkt, in die Post, aber in den April, das war was Neues. Also ich bin da so dahin gegangen und gesagt, wo ist der April? Alles mögliche habe ich gefunden. Unveröffentlichte Aufnahmen von den Beatles, irgendeine goldene Harfe aus der Römerzeit, also alles nichts Interessantes. Und wie ich zurückgekommen bin, da hat meine Schwiegermutter gelacht, volle Wäsche. Aber das ist ihr dann vergangen bei der Zeitumstellung. Denn ich habe die große Standuhr in meiner Stube eine Stunde nach vorgestellt. Also das war ein Fiasko, weil erstens einmal eine Stunde eine große Standuhr alleine nach vorstellen, das ist sehr anstrengend. Und zweitens hat sich meine Schwiegermutter dann wirklich aufgeregt. Und gesagt, das gibt es ja nicht, ich habe keinen Platz mehr, das ist ja ungefähr so. Und ich habe gesagt, Schwiegermutter, ich kann mir schon vorstellen, dass du mit dem Vorstellen von der Uhr jetzt ein Problem hast, wenn die mitten herumsteht im Zimmer, weil du kommst nicht mehr vorbei. Aber was soll ich tun? Sommerzeit. Und sie hat sich dann ein bisschen drauf aufgelegt. Also das ist ja kein Problem. Einerseits ist ja jetzt das Lachen vergangen, das ist positiv. Aber jetzt fünf Monate ein nörgeln, die Schwiegermutter, das ist auch nicht lustig. Aber egal, im Herbst ist es dann wieder vorbei, weil da werde ich im Schweiße meines Angesichts den großen Standuhr wieder eine Stunde zurückstellen. Aber ich sage es Ihnen, ich werde trainieren über den Sommer. Vielleicht schaffe ich es dann in einer halben. Tschüss.